und die neueste entdeckung auf unserem balkon. kleine kackbratzen guck mal die küchen dich. oder so. die küchen rum ist das so kotzen niedrig. oh mein gott oh mein gott die bewegen sich so schnell was soll denn das? ey die kriechen gleich in das aquarium. was soll denn das? ist ja unglaublich. ich hab gleich mehr. ich hab gleich eichhörnchen in meinem aquarium. was soll denn das? ey ey säcke. ist ja unglaublich. ach gott ist das eklig süß. ey könntest du die wasserflasche in ruhe lassen oder was hier? was soll denn das? ist ja der hammer. ja ich meine auch dich. ja ja. hier guck mal simba geht schon voll ab darauf. oh ich will sie haben. ich will sie haben. gib sie mir. wenn das jetzt gleich noch an das heu geht. ja dann werde ich aber sauer du. oder ihr nagt sich gleich hier. da ist das meerschweinchenfutter drin in dem blauen. wenn er sich da durchnagt dann hat er für ewigkeiten was zu essen. dann kannst du es mal aufmachen. na guck mal da oben leben die drin. ist das cool. wow. ich glaube wenn ich umziehe müsst ihr mit. ist das klar? dann müsst ihr leider mitgenommen werden. so jetzt sind sie gleich beim nachbarn und er wundert sich dann ganz doof. so dann machst du da. du willst ans essen. ich wusste es. hab gewusst du willst ans essen. da muss ich mich angreifen. vielleicht soll ich ja mal das meerschweinchen gehege. das fenster da aufmachen. dann geht er zu dem meerschweinchen. sucht die meerschweinchen. das wäre natürlich auch eine möglichkeit oder? oh mein gott ist das knuffig. also mal was ganz anderes. eichhörnchen anstatt meerschweinchen oder katzenvideos. zack. nur hier auf professor kabum. ist ja unglaublich. oh mein gott ist das süß. ja das ist eine wasserflasche du vollopfer. das ist hammer. das soll da reingehen. jetzt guckt es an. zack. tommi macht dir die ganze zeit fotos wie bekloppt. du buschigen schwanz. ey du kannst mal kommen. dann kann ich dich als kloböste missbrauchen. oder du schrubbst mal meine gläser. wie wärs damit? simber raste gleich aus. weh 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 weh. da hätte ich sehen buschigen schwanz. mehr sehe ich auch nicht. wo ist das andere? das andere traut sich irgendwie nicht so richtig. boah ich könnte diese kugel essen. diese kugel würde sich gut in meiner wohnung machen. soll ich die nehmen? ich weiß es noch nicht. da ist es jetzt drin. es ist immer noch nicht drin. wir melden uns später wenn das eichhörnchen im hamster aquarium ist. da ist natürlich jetzt kein hamster drin. nicht bevor ihr doof fragt oder so. habt ihr eigentlich schon jungen? das würde mich mal interessieren ob die jungs haben. die habe ich noch nie gesehen. simba wedel 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 wedel. haben wir jetzt mal auf diesem kanal auch eichhörnchen gesehen. keine besonderheit. zack zack. jetzt verschwindet ab nach hause mit euch. ab nach hause mit euch. nein. 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 wir beenden nämlich jetzt das video und ihr könnt jetzt wieder zurück nach hause gehen. haut ab. und jetzt küsst euch. los. oh gott ist das widerlich niedlich. oh mein gott. und weg. ja. und weg. und das war es mit einem eichhörnchen video auf einem eichhörnchen kanal. alles klar. bis dann. 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 bis dann.